Und wir sind bei Super Mario 3D-Wald. Ich glaube, ich sollte mir bessere Begrüßungen überlegen, oder? Ja, deine Begrüßungen sind... erschrecklich. Ja, dafür ist die Folge umso besser. Nein, absolut nicht. Natürlich. Wir sind bei Mario 3D-Wald, öh. Oh ja, okay. Toad! Toad! Aber es war ein Toad dabei im Hintergrund. Genau, Toad dabei. Am Winter-Level. Oh ja. Das sieht sogar sehr Open-World aus. Sieht es? Ja. Ein bisschen. Das sieht sehr schön aus gerade. Oh, es hat vor allem schöne Musik. Es hat die uns bekannte schöne Musik. Es gefällt mir mittlerweile eigentlich nicht schön, obwohl es in der Anfang vom Level ist. Geht's. Mit Open-World alleine kann man mich nicht beeindrucken. Echt nicht? Nein. So nicht. War das ein Gräber? Das ist langweiliges Open-World. Das ist einfach ein Platz. Ja, weil es sind die Geheimnisse. Oh nein, ich muss einfach ein Ding hier suchen. Okay, das ist echt langweilig, wenn du Dinge suchen soll. Dann laufen wir mal rum. Schneemann-Porkis. Oh. Schneemann-Porki. Es mag mich. Tür. Oh. Oh Gott. Ich komme da hinten raus. Komm ich da oben dran. Ach so, da ist es. Ja, ich komme da nicht dran. Das ist doch nicht. Wo ist das? Ich komme da nicht dran. Echt nicht? Ach so. Oh, okay, okay. Nein. Ja. Du hast mal eine Gefolgschaft getötet. Das ist auch gut so. Nein. Jetzt kommt die noch mehr Gefolgschaft getötet. Die war süß. Nein. Komm mit. Schnell. Es lebt noch. Nein. Kannst du nur. Käpt'n Toad. Wir müssen Käpt'n Toad retten. Mit dem gemeinsamen Sprung geht das sicherlich. Komm. Mit dem gemeinsamen Sprung schaffen wir das. Das klappt gut. Warum bist du gestocht? Ich weiß es nicht. Oh, Käpt'n Toad. Warum ist Käpt'n Toad hier? Ne, Käpt'n Toad. Das ist ja ein Grünsterne. Wirst du dir helfen. Wie hilft das nicht? Ich verstehe es nicht. Kann man sie abwürfen? Ne. Wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Können wir Käpt'n Toad helfen? Vielleicht brauchen wir dafür. Was ist das hier? Pau. Pau. Pils. Vielleicht gibt es irgendwo hier. Naja, nicht. Oh, Pau. Folgt mir. Nein, nicht töten. Doch, töten. Die sind friedlich. Schau doch. Ich will den Pau. Ich will trotzdem töten. Aber er tut doch gar nichts. Egal, wir müssen jetzt irgendwie eine Taschenlampe finden. Käpt'n Toad retten. Oder töten. Oder so. Töte die Geisterin. Oh ja, ich kann den Herrn Sommer auch jetzt. Käpt'n Toad. Er freut sich. Käpt'n Toad ist toll. Ach, ist das schön. Okay, es kann ja was machen. Ja, wir haben den ersten. Wow. Ah, warte mal. Wow. Das GameCat ist opay. Finde ich auch. Wir haben vor allem gar nicht mal so viel Zeit. Hier oben ist noch was. Ah, hier soll ich nicht. Ah, eine Tür finden. Ist die Tür richtig? Nee, auch nicht. Telefon. Telefon. Mitten in der Aufnahme. Cool. Dann ist das wohl die richtige Tür. Ja. Es fehlt da nicht vorhin noch so eins. Ja. Ich glaube, wir müssen das Telefon rangehen. Nein, wir gehen nicht jetzt Telefon rufen. Wir müssen aber. Nein, warum? Weil wir dran müssen. Dann machen. Okay, wir wurden gestört durch das Telefon. Es geht weiter. Ja, wir wurden gestört, weil Ruven abnehmen wollte, aber es dann doch nicht getan hat. Ja, aber er hätte wissen können, dass das festens bedingt dann wird. Er hätte es auch warten können bis dahin. Ja, bis dann. Dann geht keiner ran und dann, ja. Ja. Super. Doch gut. So mache ich das aber nicht. Man geht einfach nicht an das Telefone ran. Telefone sind großartig. Oh, da ist es. Wieso musst du jedes Mal dafür sorgen, dass wir nicht auch, danke schön. Weil es mir Spaß macht. Oh, hier, das können wir da rein. Ich glaube, danach kommen noch ein paar Grünsterne. Ich hoffe es jedenfalls. So ist halt, läuft den Ball langsam ab. Oh, jetzt schon? Ja, wir haben noch 100 Sekunden. Oh. Weil wir so viel Zeit gelassen haben. Oh. Ich glaube, da links ist noch ein Ader nicht. Gut, ins Korn level man auch noch 100 Sekunden hat. Das passt irgendwie. Ja. Ich bin sicher davor noch 100 Sekunden. Ja. Oh, tatsächlich. Du warst vollkommen unrecht. Oh Gott. Wir fallen. Einfach kann ich gar nicht erspringen. Aber ich will die Münzen. Warum denn, Ruven? Weil das Münzen sind. Warum, warum, warum sind wir es eigentlich in so einem Sumpf? Ich will das nicht. Kommt dort dann nicht gleich das nochmal hin? Egal, wir gehen es. Hey, da hätten wir es einen Grünstern. Ich glaube, wer ist so das Bestimmstern? Okay, jetzt nicht mehr. Oh. Warte, bevor du weiter gehst. Da müssen wir rein. Wow. Oh, wir müssen da auch nicht rein. Oh. Wow, wie gemein. Okay. Wow, die Kuhstern sind irgendwie alle naheinander. Kann das. Hä? Wofür? Geh weg, geh weg, geh weg. Komm mal her, komm mal her. Oh. Er verschwindet, sobald man da reingeht. Und dann muss man zurückgehen. Er weiß, wie es geht. Ich hole ihn. Hier ist mein Toter, scheißegal, hauptsache ich, wir haben das geholt. Komm schnell rüber. Ja, der rennt, ich glaube, da kann das noch sein. Bin ich, da bin ich. Okay, rede geht's. Dann wir. Wir rennen nach rechts. Ah, warte, stopp. Fallstumm. Ach, was ist die so wie abgeschrungen? Stopp, da ist noch. Ah, nee, wir haben ja alles. Wir haben den schon. Wir haben alles. Genau, rufen. Herr Sorge. Ich dachte, da wäre noch was drauf gewesen. Keine Sorge rufen, es ist alles gut. Wir haben alles. Ja, nee, wir haben noch nicht alles. Warum? Wie jetzt da? Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich habe mich. Wir springen einfach. Ich habe mich. Yes. Perfekt. Das war jetzt etwas riskant. Das war wunderschön gelöst. Das hat funktioniert. Warum war ich eigentlich der, der geworfen wird? Keine Ahnung. Ich bin damit nicht einverstanden. Todesbesseres Wurfmaterial. Oh, Rosalina mit Katzen-Ding. Viel zu leicht, die Welt. Miau. Miau. Oh Gott, ist das schrecklich. Okay, wer ist? Oh, nein. Ganz knapp du. Okay. Oh, jetzt kommt die erste Welt. Das letzte Level in dieser Welt. Das ist... Oh. Oh, nein. Wow. Jetzt brauchen wir mal eine Gewissante anstellen. das Level freizuschalten. Scheinbar. Mal schauen, wie viele. Aber warte, ich gucke das gucken. Wir haben alles. Und zwar genau das, weil ich mich da... Oh, es zählt nicht. Wir haben alles. Ich sage es nämlich die, ein weiterer Grund, warum ich ein paar Level noch gespielt habe vorhin, also gestern, egal wann, war der, dass an einigen Welten keine Zeit angezeigt wurde. Ich bitte dich. Und als ich die Level gemacht habe, war plötzlich Zeit da. Ich weiß dann nicht genau, warum da keine Zeit war, obwohl die Level gemacht hatten, aber sie war halt weg. Und deswegen habe ich es immer gemacht. Ja, ja, ja. Letztes Level. Mal gucken, wie viel schnell wir brauchen. Wow. Die haben wir aber. Das sind nicht sehr viele irgendwie. Ja, das sind nicht wirklich... Ich dachte, das wären mehr. Oh. Was ist denn das? Schwerer Sternbeschütze. Oh Gott. Ich habe das Gefühl dann, dass die Welt sich noch irgendwie erweitert. Das ist gut möglich, ja, weil wir noch ein paar Stempel holen müssen. Was an diesen Stempel hat, wirklich schade ist teilweise, ist, dass man an den Stempel anhand von... Warte, ich bin zurück, ich bin zurück. Dass man anhand von den Stempel schon sagen kann, wie viel Welt es noch geben wird. Wir haben beide scheinbar unfassbar suboptimale Charaktere, kann das sein? Warte mal, warte mal. Das passt schon. Oh, siehst du? Nein! Ha ha! Geh mit dem Ding weg! Komm mit! Was testen? Nein! Halt auf, 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 testen. Wieso hast du das getan? Du meinst dich so als aufhalten? Ja, dann gingst du... Egal, was soll's. Macht nichts, ist okay. Ich wollte mich testen, dass ich das Ding abschließen kann. Komm einfach. Nein! Du kannst es nicht mitnehmen. Äh, Rufen! Er kommt doch, drückt L! Wieso sterben die nicht, wenn man das nicht raus springt, die sterben will ich nicht. Oh, diese Rockmusik hier. Wow, ich hab viel zu viele Gegner, nämlich ich konnte da nichts machen. Oh Gott, ich hab Angst. Oh, spielen! Ich glaub, unsere Charaktere sind echt verdammt super optimal. Wir wechseln einfach mal die Charaktere. Was tun wir? Ja. Wie machen wir das? Ach so, Level verlassen. Wie, wie geht das aus dem Level raus und springen nicht? Ja. Aber wen nimmst du dann? Ja, keine Ahnung. Also, einer muss Püschstimme, einer, oder je nachdem. Wahrscheinlich. Das sind die beiden, die irgendwie schweben können. und gut sein und ausweichen und Dinge tun. Also. Rosalinas Toil, ne? Was, der herrn, Rosalinas Toil, ne? Das war unfair. Tja. Okay. Und schweben. Gut, wir lassen damit. Wenn ich schon nicht angreifen kann, will ich wenigstens abschieben können. Okay, okay, das ist in Ordnung. Oh, pink, wie männlich. Das ist halt pink. Ja, ich falle mal weiter. Ich versuche mal, das abzuschieben. Okay. Der geht nicht, okay. Ich komme hinterher. Ey, aber es geht. Ah, das war dann so Dinge, aber ich verstehe. Ich halte, ich halte das Ding mal hier so. Ah, der Knochen trocken. Da kommen Knochen trocken zu dir. Und da ist noch eine, natürlich, die Farbe weiter. Und da sind überall welche. Fahr. Fahr, Wachl, Fahr. Obwohl du keinen Flüger schon hast. Fahr. Oh ja. Huch. Oh ja. Warum gibt es hier eine 2? Was, wenn hier 4 gespielt? Dann werden die anderen auch zu solchen. Kann man die irgendwie kriegen? Ja, meine Frauen springen sich. Ja, danke. Aber wo sind das Ding? Das Blau. Und wir werden die kontrolliert? Also, wenn du den Schuss, also den Renning-Kliff gedrückt hältst, dann... Ach, naja, ich verstehe es gerade schon. Das ist machbar. Ah, jetzt haben wir 4, okay. Wir haben noch keinen Grünstern. Ja, aber ich bin da unten drin. Das leuchtet auch schon so cool. Wow. Aber doch nicht. Was? Wow. Ist da keiner drin? Wow, wo sind die Grünsterne? Keine Ahnung. Wir haben so schon mittlerweile einen Haufen an... Naja. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ich bin die Frage von Blitz. Ah! Da hoch ist aber anscheinend auch irgendwas. Braucht so ein Ding. Wie kommen wir da bitte hoch? Da. Oder da. Das ist sicher ein Fahrstuhl. Ne, ist es halt nicht. Was? Ach, wir sollen jetzt... Was? Ach so, das kann aber Peach besser machen. Glaube ich. Wow. Ah, wow. Okay, das kann Peach überhaupt nicht gut machen. Das wirst du machen. Was? Aber das Problem ist, wenn ich mit Peach einen Akku drücke, damit ich wieder springe, dann... Du darfst kein Waffen machen. Dann tue ich automatisch... ...tue ich automatisch schweben. Und das ist... Das sollte ich nicht. Das machst du außerordentlich gut. Ich merke's. Au. Ich bin tot. Ich probier's nicht. Das ist schwer. Oh mein Gott, das ist doof. Ich komm da nicht hoch. Aber ich komm da jetzt hoch. Das Schlimme ist halt, wie gesagt, dass Peach das Problem hat, dass wenn ich den Knopf drücke, damit ich dann halt eben höher schwebe. Ah, okay. Komm her. Aber warte, wir haben keine... Warte, schau, schau, ich bin ja keine ohne. Okay. Ich brauche nur eine. Oh. Cool. Cooles Spiel. Hol dir einen und ich geh nochmal hoch. Okay, genau. Das ist eine gute Idee. Geh hoch. Geh weg. Ich bin ja schon weg. Au. Du schaffst das. Ich hab das Gefühl, wir werden dieses Level nicht mehr zeitlich abschließen. Das war's schon. Dieses Timing ist übel. Hier ist der Räuter. Schnell. So müssen wir Zeit sparen. Das Geld. Da ist nur Geld. Was? Aus einer Seite ist schon der grünen Stern. Gleich im grün, da ist er auch. Das ist der erste, oh Gott. Das Level scheint er ewig zu werden. Oder die nächsten paar grünen Sternen sind einfach verdammt nah beieinander wieder. Ich hoffe es. Oh. Das wäre ja immer ganz cool, wenn wir jetzt sowas hätten wie... Wo geht's mir wieder? Ein Wasserlevel. Nein. Ich will kein Wasserlevel. Wow, spiel echt. Vor allem, es ist auch noch ein Scrollinglevel. Aber was soll das denn? Ein Scrollingwasserlevel mit Kanonen. Es kann kaum schlimmer werden. Das Problem ist halt auch jetzt, wir haben nachher diese paar Sekunden Zeit. Ja. Kaffen wir schon. Irgendwie. Oh, da ist was. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mach ich. Wenn du dann nicht mehr viel Zeit hast, dauert es mein guter Entscheid. Dann, dann, ah ne, du kannst einfach schießen. Okay. Oh, Zeit, danke. Ach, Zeit. Weiter geht's. Oh. Ja. Kein Problem, ich hab noch. Ach, wo hast du das her? Ja, das war doch okay gewesen. Ach so. Äh, ich hab Angst. Ja, okay, das hat sich erledigt. Die kriegen das ja gleich noch, als wir eins brauchen sollen. Glaube ich auch. Hab ich. Das, 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 das letzte war sogar recht her. Was, das ist die Mütze? Das war recht fordernd, ja, bis jetzt. Das muss über die Mütze sein. Vielleicht wird aber jetzt noch ein bisschen richtig schwerer und dann wollten sie immer noch einen Midwaypoint geben, damit es nicht allzu schlecht erscheint. Wow. Das ist wahrscheinlich der harte Shit hier. Oh ja, wir müssen gezielen. Wie viel dazu? Ich bin hier, der, 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 der Schrift schau mich an. Ich bin hier der Kopf, du, die Provin. Daher war was. Ja. Komm zurück, der war was. Und zwar da rechts. Aber anscheinend war es so eine Schärfung. Ja, bitte. Nicht dass da wäre was. Okay, ich schütze dich jetzt vor allen Attacken, die kommen, weil wir eben, weil du mich abschießt. weil du mich eiskalt abschießt der story du hast mich auch schon mal abgeschossen und ich muss gucken dass dazwischen bleiben ok jetzt ist ja ich dachte wir müssen da hinspringen warum bist du da gut dann dann hallo das hast du nicht tun sollen ich wollte einfach rechts gehen warum bist du gesprungen er weiß nicht das heißt nicht springen sollen ich würde nach rechts und alle sind nicht mehr bewegen aber hat man sich trotzdem dann das eine blöde idee ganz blöde ich habe ich mir erwartet dass du dann dass du schneller bist das liegt ist natürlich schnelle es geht nicht vor mich hier weg was ist übel du hast meiner schusslinie raus bitte ich will dich nicht abschließen jetzt aufpassen mich zurücklaufen sobald es weit kommt das klappt schon das kommt wieder von mann ist das stressig und jetzt schießt du mal von hier nehmen wir machen das ganz sicher okay das ist schwierig aber wir haben alles ich bleib mal hier ne warte ich springen wollte das ding haben wollte das gibt es doch nicht die herunter an leben jeder unter wieso jeder unter wieso warst du bewegt von mir jeder einfach runter ja ich kann doch nicht wenn dann leben dann block ist jeder hin und jeder runter jetzt schießt du mir das immer weg ist unglaublich aber es ist schwierig mit dir etwas zu bekommen wenn ich springen hör auf zu springen ja ich springe weil da zeug kommt wenn du springst dann stirbst du das hast du doch gerade eben auch jetzt hättest du springen mit springen hätte er hätte uns auch nicht geholfen ich bin gestrungen mehr gelebt nein war ist das gemein man könnte ja aussehen in dem block springen könnte man ja wo der ist so nah an der welt es sieht so dämlich aus der schießt du also ich schließe danke diesmal bleibt bleib ich mal hier stehen okay haben wir aber sicher vorbewegen zurückgehen also ich muss ja ja du musst ich hatte ich habe das irgendwie gerade mit gta wo man einfach sich reinsetzen kann das auto und andere fährt dann einfach natürlich ja ja wir sind hier bei gta warum ich war so fahrer drücker farben ist neuerkartig fahren wir brauchen das diesmal nicht das ist wie ich bringe ich manchmal stopp warte schon schon hier bin ich auslandsehers beide geht's oh gott das ist echt stressig nach links weiter links und gleich gleich ein block da waren es das ziel irgendwie konnte man rosalinas fähigkeit nicht eigentlich als so sehr ausnutzen kann das sein oh gott was man hier machen und ich konnte man so trag mich okay wer welten trag mich und werfen ich da hoch bis ich glaube ich irgendwie nichts nicht tragen kann ja ich spring vor die kanonen du kannst mich tragen und dann springt und dann wirfst du mich ab und dann jetzt teamarbeit hier ich gehe mal da gerade unten hin das passt und wartet auf dich oh man das was halt wie wie viel zeit habe ich jetzt mit rosalie rosalina fahren wollte in dem level naja keine ahnung aber warte wir hatten das als original charaktere toad und luigi genau das war nicht so praktisch beide bei den bleiben wir auch oder die folge ist vorbei nein doch was wir haben da noch eine form nur eine vor folge also vorteil warum willst du die 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 folgen bei 15 minuten beenden nein wir haben damals wir haben doch eine unterbrechung vom telefon haben wir ja hatten wir das war eine weitere bonus welt wo auch wer hätte das erwartet ach wir gehen da schon wir gehen da schon diese folge rein wir gehen aber mal hin oh 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 da gibt es sogar multiple wege oh oh das erste level ist das oder das da unter okay wow das sieht nicht nach wenig aus wir müssen die letzten die nächsten tage noch viel mario spielen aber dann gibt es ja auch noch ein schau mal was heilige kommt man da dahin das ist noch lang aber das kann gar nicht sein so viel stempel gibt es gar nicht mehr doch rufen zweifel ist nicht das ist welt welt tot welt tot ja dann würde ich mal sagen tschüss bis zum bis zu den nächsten malen wir werden die nächsten tage noch mächtig davor setzen müssen denn es ist so heute schon der 14 8 und am 16 8 frühmorgens reise ich hier weg okay das sage ich mir noch mehr aus jedenfalls haben es fehlt noch ein paar stempel das kann nicht so viel welten sondern irgendwie doch 1 2 3 4 egal wir müssen uns jedenfalls sputen und wir müssen viel aufnehmen und wir müssen viel hetzen das war's schon genau nach und nacht über den cooler hügel aber okay tschüss würde ich sagen